Bei einem weiteren Video Nethercraft, ja, falls ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch auch mal angucken auf jeden Fall. Ja, also hier geht es darum, wir haben, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben zwei Tage Vorbereitungszeit. Ähm, nichts probiert mit Nether und auch. Und dann müssen wir halt in den Nether. Und wir müssen halt immer zwei Folgen dann im Nether sein und dann dürfen wir einmal hierher. Also noch in die normale Welt. Das heißt, dann müssen wir so gut wie immer im Nether sein. Ja, auch herzlich willkommen meinerseits. Ich glaube, kurz ein Schafjahr. Das letzte Mal, das ist uns kurz ein Aufnahmeprogramm abgestürzt, deswegen, wir hatten jetzt vorher noch kein Bett und weniger Wolle. Aber ich hoffe, das ist jetzt kein Problem für euch. Ich habe Kohle. Kohle, Kohle. Wirklich? Ich habe Kohle. Wir müssen auch gleich mal eingehen. Ja, wir müssen auch irgendwie echt mal eingehen. Guck mal, wenn wir, ab dem Nether ist dann halt Schwierigkeitsgrad. Eins. Eins halt. Und dann haben wir halt ein Problem, wenn wir null Eisen oder so haben. Wir müssten eigentlich jetzt mal echt schnell fahren gehen. Schnell, schnell, schnell. Ja, ja, ich hole mir ganz viel Kohle. Ich gehe noch kurz ein bisschen. Wir brauchen vor allem auch noch ein zweites Bett für draußen. Weil dann draußen wird halt auch Schwierigkeitsgrad, Schwierigkeit ansehen. Und was ich vielleicht mal, wir wollen eigentlich unser Nether-Portal immer komplett, einfach mit so Erde oder so, kurz was ein, mal einfach so einen kleinen Unterschlupf. Gucken, was wir da bauen. So eine Erdhügel oder so. Ich will eigentlich nicht kennen. Doch komm, ich baue uns jetzt erstmal von einem... Justus, würdest du vielleicht, wenn du, wie würdest du vielleicht mir ein Haus bauen gehen, weil ich bin, glaube ich, der bessere Meiner. Dann gib mir mal bitte, gib mir mal bitte kurz, ähm, Kohle. Ich brauche die Kohle. Ähm, ja, ähm, hier, meine Kohle. Ich hab hier Kohle. Ja, das soll erstmal reichen. Dann gehen wir gleich auch mal gucken, was los ist hier mit unseren Wattern. Oh, das ist ein Edgar, den kill ich. Der. Wo ist deine Farm? Den habe ich. Da hinten ist die, glaube ich, ne, bei dir? Ja, die ist da, wo du hingehst. Ja, aber der ist nicht. Oh, da ist er es nicht gewachsen. Das ist, ne, der ist einfach generell nichts. Ich geh mal kurz nachgucken. Kann doch nicht sein, da habe ich was angepflanzt. Kann doch nicht mal sein. War es irgendwo anders? Ich weiß es nicht. Also ich habe irgendwas hier, glaube ich, angepflanzt. Hier so. Ähm. Da ist noch ein Schaf. Wo ist denn? Ich hatte hier doch auch irgendwo eine Farm angelegt. Theo, wie viel Wolle hast du? Ich habe eins. Und gut, er habe ich jetzt abzule, dann können wir uns noch auf ein Bett. Aber wo ist mein Zeugs? Ich hatte doch hier auch ein Bett und so. Wo ist das? Edgariana! Wo ist mein Bett? Keine Ahnung. Sag dir es bloß, das ist weg. Dann werde ich das echt lösen. Hast du es? Nee, ist weg. Und die Farben anscheinend auch. Ist das die Spawn oder was? Nein, du musst damit los sein. Ja, weil ich habe mir meine Farben angelegt. Das fand ich jetzt echt blöd. Ja, das ist einfach echt so. MC, ich habe noch zwei Worte. Ich gebe die, dann kannst du uns noch ein Bett machen. Und wir brauchen noch Stecker für Kackeln. Du hast das ganze Holz. Oh, nee. Jetzt kannst du es füttern. Dann wird es erwachsen. Schlimmer. Ich will aber nicht, dass es erwachsen wird. Ich bin nicht im Zugkühler. Guck mal. Ich will dir jetzt erst mal die Wolle geben. Die ganze Zeit. Ich renne die ganze Zeit. Ja, aber nimm du mal eher meine. Ach so, okay. Ich will jetzt nämlich meinen geben. Und dann bin ich weg. Und dann gib mir noch mal ein bisschen Holz, bitte. Ich brauche das Holz. Ich brauche Holz selber. Okay, dann gehe ich mir das mal selbst was holen. Ähm. Das mache ich aber mal schneller. Wie soll ich? Ich habe sie, wie mache ich das denn jetzt? Ich würde sagen, und lege auch noch mal eine neue Farm an. Vielleicht im Haus drin oder so. Mal gucken. Ah, ich habe mir einen, ja, ich habe mir einen, zieht. Ja, dann hol dir doch einfach mal mehr. Ja, ich fahre mir gerade aber jetzt hier. Okay, was ist jetzt hier? Holz. Ähm, und? Eisen ist gut, wenn du das nicht müssen. Ja, wir brauchen unbedingt Eisen. Anders geht's halt nicht. Ja, ohne Eisen geht gar nichts. Oh, und noch ein extra. 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 Aber das ist nur ein bibergarianer. Bam. Aber wir müssen ja wirklich nächste Folge in den Neser. Das sind jetzt unsere eigene Regel und die wollen wir halt auch einhalten. Wir müssen uns aber einhalten. Ich bin jetzt schon Level 1. Ich bin schon Level 1 und ein bisschen. Bin auch schon Level 1 und ein bisschen. Warte, letztens hab ich, ich hab ja nur ein Bild mit Neser hingeschrieben. Ähm, ja, ich weiß nicht, das würd ich jetzt mal richtig schreiben. Ich hab auch noch, ich hab aber, nein, mein Schild ist auch die Spur und. Ja, warte, wie süß das jetzt eigentlich. Ach, egal, komm. Ist doch jetzt auch egal. Nee, ich lass mich mehr nach nochmal drauf. Nee, klar. Okay, dann mach ich unsere Spur. Okay. Und ja, mal gucken dann. Was brauchen wir noch? Sprech mal zu die Form. Nee, nee, lass mal. Okay, mach ich. Dann mach ich's nicht. Also nächste Folge müssen wir, wie schon gesagt, noch in die Neser. Und dann müssen wir halt erst mal zwei Folgen bleiben. Und dann müssen wir halt eine Folge nochmal... Ach so, nein, was sollte ich machen? Ähm, ich sollte uns auch nochmal ein... Hier... Ich wollte uns ja noch... Ähm... So, das ist gar nicht so ein Kram hauen, jetzt eigentlich. Koffing-Table. Der Koffing-Table ist auch die Spont, ne? Ja, das ist alles weg. Aber die Items haben wir wenigstens noch, ne? Ja, die Items, das wär jetzt auch richtig blöd. Ähm, ein Koffing-Table. Ach so, ich hab noch ein Koffing-Table gemacht, ich bin Idiot. Ein Koffing-Table, ja. Ich hab aber im Moment auch noch nichts gefunden, einfach. Ach, nichts. Das ist natürlich blöd, ne? Okay, nee, komm, wir machen das einfach mal auf die gute alte Art. Ich baue mich einfach komplett nach unten. Ich hab mir gerade ein Bett gemacht. Soll ich uns vielleicht aber, ähm, noch hier irgendwie eine Höhle oder sowas bauen, wo wir dann drin wohnen können? Ja, mach das mal. Machen Sie mal eine kleine Erdwürfe. Hier, denn hier steht ein Koffing-Table und eine Truhe. Okay. Oh, ja, ja, mach. Da mach ich zwei, ähm, Essen rein. Zwei. Ähm, warte, warte, ich kann, nee, ich mach euch mal schon mal einen Stein. Ja, das ist jetzt wichtig. Hol dir uns auch mal einen Ofen mit. Ja, 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 mach, äh, mach das gleich mal. Ich, ähm, was braucht man? Nötig Kapkorn-Holz, ne? Was war noch mit Holz? Mist. Noch ein Holz brauche ich. Dann kann ich mir nämlich noch, dann kann ich mir den Standwirt machen. Hast du schon Standwirt? Und hol uns mal an meinen Ofen, denn wenn du jetzt noch Eisen findest. So, ja, jetzt brauchen wir einen Ofen. Leitern, ähm, also auch mehr Leitern. Das Bett könnte ich auch noch irgendwo hinstellen. Wir brauchen viele Leitern. Hast du noch Holz? Hm. Ähm. Dann mach ich mir schnell einen Stein schwert. Ach so, ich könnte da auch erstmal eine Eisen, eine Steinspitzherk runterbringen. Hast du das schon? Hab schon, ich hab schon eine. Dann mach ich mir schnell einen Stein schwert. Ja. Okay, ich hab auch erst acht Leitern. Das heißt, ich baue uns jetzt hier erstmal vielleicht so einen Raum oder sowas. Einfach, wo wir dann was bisschen chillen. So, jetzt hab ich mir einen Füllstein schwertet. Oh, jetzt hab ich nur Stein schwert. Bringt das vielleicht auch schon mal alles runter. Woher runter? Da, wo ich bin. Ach so, soll ich zu dir runterkommen? Oder nee, wir brauchen erstmal ganz viel Holz. Ja, Holz, das wäre gut. Und du kannst vielleicht dann auch später nochmal so ein Holz an den Abgang sozusagen, das ist dann im Haus sozusagen. Ja, ich geh grad mal ein bisschen jagen, ne? Ja, kannst du machen. Ich hab noch ein, ich hab noch zwei Fleisch. Kann ich auch noch um die Truhe? Ich baue hier einfach erstmal. Und das wird es dann vielleicht vielleicht langfristig mal Holzboden oder sowas machen können. So, ich tue einfach mal alles überflüssige jetzt mal schnell hier in die Truhe. Ähm, drei Stöcke brauche ich auch grad nicht. Und da dürfen aber alle rangehen, ne? Ja, das sind natürlich auch rein. Ähm, den Wassernimmer brauche ich auch grad nicht. Oder doch, vielleicht brauche ich irgendwie den in die Nette, wenn wir dann irgendwie unten mal auf die Hand machen wollen. Dann nehme ich den besser auch mal gut. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich brauche eine Fackel hin. Ähm, nee, warte, ich mach das schon mal gleich so, dass ich es leichter hab. Mit dem Dings. Dann baue ich die Fackel dann eben nicht rein, weil sonst kann man da ja keine Leitern setzen. Du bist mir ziemlich von unten. Ach, guck doch, das ist mir der Porto. Ich geh schlafen. Nein, ich kann nicht wieder auf den Nacht. Lass mich. Ey, soll ich mich mal, soll ich mich mal einen Mülleimer verbrennen lassen? Nein, doch, dann mach wenigstens vorher deine ganzen Sachen weg. Nee, hab keine Lust. So, ja, wir haben da hinten nämlich einfach so einen Lava-Müll. Ja, das wirst du, glaub ich, auch schon von der letzten Folge. Und kann sein bei mir, dass ich die gar nicht hochladen kann. Ist ja eine Blöde, ähm, 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 ist das irgendwie ein Fehler mit YouTube gegeben? Hui, hui, hui. YouTube ist aber auf dich. Nein. Okay. Hui, ich hab auf den Quarkentable rum. Hui, hui, hui. Ja, super. Das wird wahrscheinlich die interessanteste Folge aller Zeiten. Ja. Warte. Ah, Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Das ist ja noch. Option. Perfektive, voll, im Spiel. Wuhu. Hallo, ich hab auf den Quarkentable. Oh, ich hab' auf den Quarkentable. Hui, guck mal. Ganz schön. Okay, cool, mach auf den Wäschung rüber, Bruder, rüber. Aha. Super. Kannst du noch was anderes, als auf Craftingtables rumhopsen? Die können uns theoretisch auch langfristig dann so eine Fackel machen, einfach so, wenn wir da nether-Zeugs, nether-weckers, das glaube ich, wenn man sich das dann holen muss, dann anziehen, das ist eigentlich ganz witzig, da ist eine coole Fackel. Ähm, jups. Ich, äh, ich gehe schlafen. Hoi, ja, ja. Ich bin schon Level 2 und ein bisschen. Level 2 und ein bisschen. Also immer noch, ich könnte jetzt noch, hinten ist noch ein, hm, soll ich das killen? Da ist noch ein, da ist noch ein Pfad, soll ich das killen? Oh, das wäre jetzt echt manchmal so eine Meisterleistung von mir. Ja, ich bin gerade dabei, einen Dieter zu killen. Sag, wieso Dieter? Keine Ahnung. Ich weiß es aber nicht. Eisen. Nice. Richtig nice. Auf jeden Fall eins. Also ich, der kill... Mindestens vier, ganz viel Eisen. Gut, der kann uns beide einen Eisenschwert machen. Nice. Ich würde erstmal auf eine Eisenrüstung jedenfalls für einen sparen. Aber ich habe ganz, ganz viel. Weil ich habe keinen... Ich habe einfach nichts mehr, womit ich es abbauen kann. Das ist jetzt... Das ist doch mal die Oberverarsche des Jahrhunderts. Ähm, warte, ich komme zu dir runter. Das ist hier ein ewiger... Ähm... Wann bin ich bekloppt? Weiß wie es mir denn wenigstens da das ist. Ja, ja, ich baue mich dann da auch wieder runter. Warte, ich kann dann glaube ich noch einen... Nee. Ja, mir fehlt halt einfach nur Holz, ne? Ja, mir fehlt zwei Stöckern. Ich kann mir noch einen Schaft... Ich kann mir noch einen Schaft füllen. So, jetzt habe ich... Ist es auch tot? Jetzt ist es noch nicht. Ich habe schon... Ich mache uns gleich auch ein zweites Bett. Ich fühle mich gerade einfach nur so gemobbt. Ich brauche nur noch einen... Hier noch einen... Wieso mobbst du mich einfach so? Oh, wir sind auch schon bei elf Minuten. Ui, 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 die nächste Folge müssen wir im Nesser. Oh, shit. Wir brauchen unbedingt das Eisen. Ich habe auch gerade keinen Stein, gerade. Hier. Da ist der Schaft, da baue ich mich auch gleich wieder runter. Nächste Folge... Ah, Mist. Das ist eine Scheiße, ne? Und baue einfach... Ich hole ganz viel... Warte, was haben wir in der Truhe? Ja, gut. Da habe ich ganz viel Essen reingepackt für den Nesser. Ja, ja, wir werden uns einfach erst mal im Nesser ver... Vor allem im Nesser findet man ja, glaube ich, auch kein Eisen und so, ne? Im Nesser kannst du ja auch Pilze holen. Im Nesser wachsen Pilze. Aber da findest du auch nichts, womit du dir irgendwie Werkzeuge oder sowas machen kannst. Ja, kannst du so an. Du hast eine Stöcke rausgenommen, ne? Ja, ja, habe ich. Ja, nimm dir. Ja, ich gern dir. Ja, ich gern dir. Also ich habe mal in jedem Fall mein Steinschwert. Ha, ha, wer will mich nicht kennenlernen? Das Steinschwert ist mir ja nicht gesagt, nur oder weniger kack wie da ist. Das ist doch einfach schlecht. Warte, ich brauche noch... Ich brauche noch ein... Ich brauche noch ein... Ich werde nur versuchen, irgendwie so... Vor allem, wenn wir dann... Ich bin noch ein... Dann können wir uns noch ein zweites Bett machen. Wirklich? Bringt uns im Nesser echt viel. Ja, dann können wir im Nesser schlafen. Dann können wir Selbstmord machen, sonst ist die Serie jetzt nicht schneller vorbei. Wieso ist die denn so frei? Ähm... Oh Mist, achso, ja. Ach, ach... Ähm... 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 Du... Ich suche es wirklich die ganze Zeit schon noch einen Farb. Oh, Junge, ist das die Kohle? Wenn man da ganz weit nach unten zieht. Kohle, Kohle? Oh mein, Eisen, ich bin wieder beim Eisenboot. Und die fuhl die jetzt? Kohle die an. Ich bin jetzt richtig. Nein! Oh nein, es wird dann zu Regen, und das ist weiter. Mist, eine nächste Folge in den Näsern. Okay, wir müssen aufhören mit dieser Folge. Nächste Folge geht's in Never und wir haben einfach das übelste Problem. Und? Also ihr werdet euch jedenfalls über uns totlachen können, wenn wir dann krepieren und ciao. Passt auf euch auf. Wenn ihr, dass ihr dann nicht einfach vor Lachen umkippt, falls wir einfach krepieren. Ja, nächste Folge. Guckt es euch auf jeden Fall an. Es wird wahrscheinlich ziemlich witzig, wenn wir da abkratzen. Ja, und tschüss. Ich freue mich auch schon drauf.